so ihr lieben willkommen zurück zu einer neuen folge war laut für nicht von 76 und zwar ja ich habe viel viel musste ich jetzt kraften und zwar ja was ist kraften ich musste farmen viel um überhaupt die power rüstung die rüstung zu kriegen und ich zeige euch auch gleich wo bevor wir uns die back rüstung holen dazu ziehen wir uns jetzt noch mal die alte power rüstung und zwar haben wir haben wir hier aber hier habe ich so viel gefahren dass ich mittlerweile level 31 normalerweise dürfte ich jetzt die bau ist so gar nicht wohl also die bacher rüstung oder herstellen weil mit 35 kippt schon ja aber ja so und zwar hierbei bei welch station welt mal gucken auf jetzt überhaupt welche da sind also jetzt kann auch sein dass jetzt auch immer weil ich musste zu viel form hier und hier herkommen und ach das sind sie das so viel und so oft hat er gejoint ausgelockt und eingelockt und ausgelockt und eingelockt also die gruppen hauen da habe ich so viel gemacht und eigentlich habe ich dann für die nächsten da will ich nicht nämlich das wohl hier hat geht davon könnte man eigentlich mitnehmen wo er findet was so viel schrott finde ich cool ist ein plus sehen also wie gesagt hier könnt ihr schön form ist doch genau und ich treffe nicht ich treffe immer noch nicht warum hier könnt ihr schön form trimmst oder welche auch ist jetzt auch immer schnell also hier könnte schön form das würde ich eigentlich ich wollte ich bloß zeigen wo man fahren kann aber ja wir brauchen ja noch mehr gruppen aber ich kann ich glaube ich habe genug gefordert also wenn du glück habt könnt ihr hier immer form wo er dem müssen wir natürlich können warum wo ist denn die auf uns ach da oben ist der da schießt er doch ja also wie gesagt hier könnte wir können da echt viel fragen wo ist denn schießt er nur von uns was ist denn was ist denn was ist denn guter schön jagdgewehr genau ich doch das alles schön down ist denn da große fehlt noch das sind der große der vorto da kurs ein motto ja gut sie gesagt ich zeige ich etwas mehr plätze bevor wir uns die rüstung holen wo man auch ganz gut ganz gut gruppen holen kann bei den rüstung findet und wir jetzt das sport ist der mutter natürlich kein schrott noch hier und hier kann man so viel schott haben also wie gesagt ihr wollt macht das hier ganz gut ich zeige euch auch noch mal bevor wir echt die sicherung aber wie gesagt hier ist ganz gut und ich zeige euch noch mal bevor wir uns die rüstung holt aber hier ist doch noch eh nur ach hier ist der große auch gottchen ja groß ist natürlich heftig ich hätte den über von dach erkämpft aber funktioniert kann ich hier noch ein bisschen rumkämpfen der große bringt meistens raketen brauchen wir nicht das nehmen wir mit ja genau der bringt nix hier ein spielzeug nehmen wir mit dass hier 35 und wir brauchen noch nicht hat der große bringt meistens nicht ob daher gesehen aber hier ist doch immer weggerannt da oben also da oben ist noch eh nur ein besonderer da oben und den noch auch öffentlich naja aber eigentlich habe ich euch ja den sinn erklärt wo ihr eigentlich das schöne haben könnt aber ich will den noch haben ich will den noch haben den hin da ist ja vollrunde ach nee wollte ich nicht auch der hat nichts aber klebeband nehmen wir mit aber da ist noch eine wo denn wo ich gehört wie gesagt hier ist schon mal so quasi heißt euch noch mal station welches schöne form dinge und eine schöne hier könnte auch und da gibt es eine wacke buppe aber da war eine wacke buppe glaube ich oben auf dem dach da brauchen wir wahrscheinlich nicht hätte hier ist ganz gut auch wenn ihr eine power rissons reparieren wollt und ihr findet ihr auch manchmal 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 auch eine power rissons die ganz gut gefüllt ist sehen und ich kann nicht umschalten bitte umschalten bitte umschalten danke hier ist auch eine schede hat doch mal richtig nach hallo lad doch mal voll so da ist noch einer also wie gesagt hier ist auch gruppenhauer gegend so gruppenhauer schrott gleich mitnehmen und noch ein noch ein noch ein schleichen achter wo ist es denn da ist er gibt es auch noch schön schrott zeigt euch gleich ach mensch was will ich denn nur mit den raketen warum nehme ich den immer mit die pressen zu viel so 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 und zwar gibt es hier oben da oben da oben da oben da oben gibt es eine wackelpuppe so manchmal steht dann hier eine brauche rüstung aber ja also nicht da so hier könnte schön und zwar da oben aber gesagt dann würde ich sagen ja machen wir doch doch mit der bau rüstung in der nächsten folge ja ich überraschung ja ich wollte euch zeigen wo es das zum vorn gibt aber ja auch was dann zur nächsten folge und somit belange ich mich vor zu sehen und lasst euch überraschen wenn wir die rüstung zusammen haben alles klar ihr lieben mega daumen euch und tschüss